Der Frühling erwacht. Mit den Programmen bei Kikaninchen entdeckt dein Kind ganz nebenbei, wie der Frühling duftet. Das ist einer meiner Lieblingsfrühlingsgerüche. Welche Pflanzen und Tiere im Frühling erwachen. Und was es in dieser Jahreszeit zu sehen gibt. Entdecke mit deinem Kind den Frühling. Toll! Was ist das? Eine Biene. Auf Kikaninchen.de und in der Kikaninchen App.